Zu unserem noch immer ungelösten Problem mit Gathered Fabric kommt jetzt noch ein weiterer Gegner hinzu. Das ist genau so, als würde man den Mund noch voll Sperma haben und schon kriegt man den nächsten Schwanz hingehalten. Das geht ja so gar nicht. Sie ist auch ein Mitglied bei Socks. Mal die Erotik-Bilder für uns. Liebhaberin der rechten Hand und des Mundes. Otome's Sausome. Socks ist einfach so fantastisch. Das schmeckt mir gar nicht, Tanukichi. Genauso wie Sperma. Kannst du bitte nicht schon gleich morgens mit diesen Vergleichen anfangen? Sag mal, Tanukichi, woher willst du denn wissen, dass Sperma nicht schmeckt? Oh nein, du hast doch nicht etwa bei Reiki gekostet? Ach, tut mir leid. Meine Hände haben sich von ganz allein bewegt. Aus Liebe. Bislang war alles, was ich mir von dir erhofft habe, dass du nur einmal von meiner Liebe kosten würdest. Aber das war einmal. Seit kurzem verspüre ich nämlich selbst ein schier unbendiges Verlangen, ein wenig von dir zu naschen. Wir haben es getan, Tanukichi. Das haben wir gefickt eingeschädelt. Nun beruhige dich, Tanukichi. Komm mal runter, ohne Vorspiel gleich zum Höhepunkt zu kommen. Jungfrauen-Power-Max. Dein Herz macht bewummen, was? WDR- tudo hallo? Vielen Dank.